Uneingeschränkte Zusammenarbeit, ausgezeichnete Erfahrungen, Kostenoptimierung. Der Wechsel in die Cloud ist unternehmerisch sinnvoll. Und SD-WAN kann den Weg ebnen. Doch wie lassen sich komplexe Bestandsnetze entflechten und auf eine Cloud-First-Strategie umstellen? Wir stellen Ihnen Vodafone Business SD-WAN mit VMware vor. Es verbindet Ihre Standorte zuverlässig mit Cloud-basierten Netzwerkdiensten mit hoher Geschwindigkeit. Mit dem Vodafone Managed Service sind keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich, um das System zum Laufen zu bringen. Einfach einschließen, loslegen und sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können. Mit einer extrem zuverlässigen Betriebszeit und einer Vielzahl von Auszeichnungen ist Ihr Datenverkehr bei uns in sicheren Händen. Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unsere Worte. Mit unserer zentralen Management-Konsole haben Sie vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihr Netzwerk. Schauen wir es uns in der Praxis an. Auf nur einer Oberfläche können Sie sofort den Zustand Ihrer aktivierten Edges und Links prüfen, sehen wie viele Anwendungen laufen und wie beliebt sie sind und die Latenz, Jitter und Packet Loss in Echtzeit überprüfen. Sie können die Anwendungsqualität einsehen über Sprach, Video und Transaktionsdaten und die Link-Performance über die Laufzeit analysieren. Dank der umfassenden Transparenz kann unsere Lösung Fehler erkennen und sie beheben, bevor Sie sich auf Ihr Geschäft auswirken. Unser SD-WAN läuft über mehrere Verbindungsmöglichkeiten. Mit dynamischer Mehrwegeoptimierung, die automatisch die Art des Verkehrs und die Netzverfügbarkeit analysiert, um die beste Route auszuwählen. Wenn also ein Datenverlust auftritt, kann unser Service die Priorität auf Anwendungsebene ändern, um den Datendurchsatz zu optimieren und die ständige Vernetzung zu gewährleisten, verbessert Erfahrungen bei Anwendungen mit hoher Priorität und schützt die Betriebskontinuität. Ganz gleich, ob Sie sich für eine vollgemanagte Lösung oder eine gemeinsam gemanagte SD-WAN-Lösung entscheiden, Sie erhalten einen 360-Grad-Überblick über Ihr Netzwerk und mit mehr Transparenz kommt auch mehr Kontrolle für fundierte Entscheidungen, verbesserte Netzwerkleistung und bessere Geschäftsergebnisse. In unseren Demo-Labs können Sie hinter die Kulissen blicken und aus erster Hand erfahren, wie schnell und einfach SD-WAN sein kann. Setzen Sie sich einfach mit Ihrem Kundenbetreuer in Verbindung, um eine Vorführung zu vereinbaren. Vielen Dank. Vielen Dank.